Ja, die Frage ist super dumm, hat auch keiner gemacht. Hast du schon mal die Dusche gekackt? Nein, natürlich nicht. Vielleicht aus Versehen, aber jetzt nicht. Da haben wir doch einen Duschenkacker. Was ist die höchste Baumart auf der Welt? Bananenbaum. Nee, Mann, aber Paris ist echt schön. Sieht echt richtig schön aus, Bro. Oh, wait, das ist Köln. Aber Paris sieht auch schön aus. Köln sieht scheiße aus. Safe. Na, Real Rap, Köln ist auch schön, Köln ist trotzdem wild. Komplett gebunden an eine Frau, obwohl er sie noch nie leibhaftig gesehen hat. Sag mir, dass du Twitch-Mod bist, ohne mir zu sagen, dass du Twitch-Mod bist. Twitch-Mod von einem Hot-Tub-Streamer. Oha, der Hund ist richtig süß. Ist das ein Labrador? War auf jeden Fall... Digga, was ist mit dem Kameramann? Timo, können wir auch mal so Shots machen, Digga? Einfach er hier, Junge. Lass dich nicht beirren, Bro. Erzähl ruhig weiter. Erzähl ruhig. Junge, WTM, ey. Es ist so weird geschnitten und gefilmt, Alter. Timo, so drehen wir den nächsten Vlog, Bro. Also ich sag mal, meiner passt auf jeden Fall nicht in die Öffnung von einer Nasty-Eistir-Flasche. 1,5 Liter. Nicht, dass ich es schon mal getestet hätte.